so leute jetzt habe ich ihn endlich freigeschalten bei dieser hauptsaison zur eröffnung wo man den mercedes amg one bekommt super geniales wagel das cover car von dem horizon 5 und ja und dann haben wir gedacht da da ja einen formel 1 motor drin hat haben wir gedacht werden wir den design gönnen und nicht nur rot sondern in die richtung von dem aktuellen mercedes formel 1 team und von gear collector der den amg gt black series hat mit den orgen stern design am hinteren bereich vom auto das werden wir probieren zum nachmachen ich habe mir schon ein paar logos hergerichtet dass wir jetzt noch nicht so lange brauchen für mich gemacht das lustige gruppe sind wir neues petronas geschichten formel 1 amd teamviewer die sponsoren amg logo und da die sterne die wir dann einfügen werden am auto aber ich würde sagen jetzt werden wir dann loslegen und wünsche euch vielen und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020